Hallo, kann ich euch kurz was fragen? Ich bin Sarah von der Rheinzeitung. Ich mache heute hier drüber ein Video und Fotos. Und woher kennt ihr YPD? Wir kennen die eigentlich nur so aus YouTube. Wir sind dann halt einfach mal draußen durch. Das ist viel. Das Schweine hat mich angemacht. Da sind wir beide dann draußen. Und wie lange kennt ihr die schon? Seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren. Warum sind die cool? Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil es ist einfach cool, was die machen, die Parodien und sowas. Es macht einfach sehr viel Spaß, die anzugucken, weil die immer was Lustiges draus machen. Das ist einfach cool. Weil die können so viele Sachen daraus machen, aus dem, was jetzt gerade läuft. Da können die so coole Sachen draus machen und daraus ist einfach cool. Wie heißt du denn? Tabea. Tabea und wie alt bist du? 12. Viel Spaß. Auf einer Nase. Was ist so schlimm an einem Ei? Ist es glücklich jetzt vorbei? Wo willst du hin? Ich geh. Nein, komm zurück. Ich schaufe beim Ei. Bitch, es ist vorbei. Es ist krott. Wo? Du weißt es genau. Kannst die Story. Erzähl. Ich kann nicht so ne Sau. Was? Ei? Nein, nein, nein. Ich hab mir nicht im guten Kör, weil die Stimme ist zu hoch. Doch ich bleib hier an den Sack und fühl mich immer nach so'n Kroh. Denn die Neutrall sind besser. Schau, wir kennen. Wir entwickeln Tränen. Mindstands. Ich bin anders als je zuvor. Hat kein Typ, weil seine Menschheit verlor. Es ist jetzt anders. Es ist vorbei. Jetzt bin ich schnell, denn er hat kein Linkes Hai. Er hat kein Linkes Hai. Er hat kein Linkes Hai. Es ist Zeit für die Wahrheit, Klarheit ist das, was uns hier fehlt. Drum erzähl ich dir die Story, denn ich bin natürlich ein Held. Es war ein kalter Tag, mitten im Gärten schrieb ich meine Rhymes auf meine Hand. Der Nerva macht das so, kein Schösterglaub in diesen weißen Tüten. Die Machen schwarze Rovers nicht, du bist nicht schade. Das ist meine Story, also lass mich, sie fingen an zu schließen. Es macht ne Bang-Hung-Bang auf einmal weiter und... Hallo, kann ich euch kurz was fragen? Ich bin von der Rhein-Zeit, ich heiße Sarah, wie heißt sie? Sarah, echt auch, du auch? Wie lange kennt ihr denn schon Y-TD? Seit 3 Jahren! Aber kein Scheiß! Warum sind die cool? Erzähl mir die Wahrheit! Weil die einfach Hammer sind! Die sehen gut aus, die machen gute Musik! Okay, hier hast du die Wahrheit! Sie sind einfach geil! Ich hab' ich auch genau denselben! Ich hab' ich auch genau denselben! Ich hab' ich auch genau denselben! Hallo, ich komm' mal grade zu euch! Ich bin Sarah von der Rhein-Zeit und ich mach' hier ein Video drüber! Erzählt mal, wie heißt ihr denn? Warum sind Y-TD cool? Warum sind Y-TD cool? Ja, weil... Y-TD ist die beste! Die Rookie! Die Lina! Sie sind für ein Vater! Weil die Lust nicht sind! Okay! Weil sie einfach... Jeden... Ihren Videos glücklich machen! Unbeschreiblich! Unbeschreiblich? Ja, sehr unbeschreiblich! Vorbild! Ja! Große Vorbilder! Ja! Und es ist halt cool, dass man die auch ins Mal dann auch live sehen kann! Weil normal immer vorm Computer... Das ist dann schon schön, wenn man die dann live endlich sieht! Ja! 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 Ey, du Arbeitslose! Du sitzt seit vier Jahren zu Hause bei Mami! Harts vor dich hin! Machst keinen Fingerguck! Und liegst den Staat auf der Tasche! Warum? Was macht die denn so cool? Was macht Y-TD denn so toll? Komm endlich mal in die Gänge! Ich kann es nicht genau sagen! Die sind einfach schön! Die machen gute Parodien! Ich will noch ein bisschen hatzen! Hätt' dich aber, küsst dich früher aufstehen! Lass mich noch ein bisschen hatzen! Hast du ein Lieblingslied? Hast du ein Lieblingslied von Y-T-T? Ich will noch ein bisschen hatzen! Ja? Hätt' dich hart! Hätt' dich hart! Hätt' dich früher aufstehen! Hätt' dich früher aufstehen! Mach' dich mal nützlich! Hier hast du fünf Euro! Hol' mir eine Schachtel Kippen! Und danach such' dir nen Job! Ich schau' jetzt Frauentausch! Kochen werd' ich morgen wieder! Es gibt Nudeln mit Ketchup! Du bist ja immer noch hier! Ich werd' dich nicht mehr stillen! Hol' dir einen Job jetzt! Ich will dich da arbeiten gehen! Ich will noch ein bisschen...